Linksaußen Naimedin Dagfuss vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen hat im Training am Dienstag einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten und wird monatelang ausfallen. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Spieler und Verein haben noch nicht entschieden, ob sich Dagfuss operativ behandeln lässt. Der 31-Jährige gehörte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal und bestritt 31 Ligaspiele. Zudem muss Trainer Kienen Kozak mehrere Wochen auf Neuzugang Karim Guedder verzichten. Der 33-Jährige, der vom SC Freiburg an den Hartwald wechselte, zog sich am vergangenen Sonntag im Training einem Innenbandriss im linken Knie zu. Sit Säge 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 Untertitelung des ZDF, 2020